hallo und herzlich willkommen zu einem zu einer neuen episode let's play mit captain realjog jetzt wollen wir zwar machen nachdem wir letztes mal ja sogar in die dritte galaxie gedüst sind bin ich jetzt wieder zurück gedüst wieder zurück nach popolus und hab wieder gesucht nach dem schiff in es habe es aber noch nicht gefunden und jetzt werde ich den den tipp von einem kommentar mal beherzigen der gesagt hat man soll das mit nanit verbessern das schiff seiner träume habe ich ja in a und jetzt habe ich genug nanit gesammelt 50.000 es ist aber das ist dauert aber lange 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 ich mache auch keine cheats oder sonst irgendwas also dann ist das sehr 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 lange dauert das bis man die 50.000 zusammen hat aber ich habe sie jetzt zusammen und jetzt will ich mich mal auf das abenteuer einlassen und versuchen das zu verbessern mal gucken ob das geht raum schrott im wert nee raumschiff verbessern raumschiff verbessern da 50.000 nanit klasse verbessern oh hoffentlich geht das gut raumschiff klasse verbessern bestätigt der nutzerkirche wurde erfolgreich verbessert das ist mein osterei mein ostern ich habe es gefunden raumschiff klasse s super ach dann kann ich auch gleich wenn ich schon dabei bin ich habe ja noch fracht raumerweiterung die müsste ich eigentlich auch einbauen können raumschiff verbessern erweiterung anwenden erweiterung anwenden ach da oben geht es nicht da oben geht es nicht wieso denn nicht doch es geht auch da oben super super so wo wo machen wir es denn am besten hin der ist schon frei der ist schon frei 1 2 3 und 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 Oh, 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 oh. Da könnte ich auch noch erweitern. Oh, wie viel habe ich denn davon? Das ist ja cool. Oh, ich habe auch eine ganze Menge. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Tritium. So, dann wollen wir es mal nicht übertreiben. So, ja. So, ja. Das war es eigentlich auch schon. Ich kann das hier in Ruhe machen. Wer das noch beobachten will, der kann noch weiter zu gucken. Und dann wollen wir mal schauen. Oh, Mann, die frie Fähigkeit. Aber Schadenspotenzial muss noch besser. Der ist schon ganz gut. Technologie verschieben. Ach so, dann muss ich Technologie lagern. Okay. Das mache ich in Ruhe. Das ist zu nervig. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Ostertage. Und ja, ich habe es wahr gemacht. Ich habe das jetzt mit Nanit verbessert. Nur habe ich natürlich nichts mehr. Aber jetzt habe ich das Schiff in der S-Klasse. Ist das nicht geil? Alles klar. Ich wünsche euch was. In Hamry sage ich mal Tschüss. Tschüss.